Oh, ich wusste nicht, dass du hier bist. Hey. Kann ich mich dazusetzen? Natürlich. Darf ich einen Zug? Du kriegst eine ganze, wenn du versprichst, dass du dich benimmst. Ein Zug genügt. Ich wusste nicht, dass du rauchst. Tu ich ja nicht. Ich hab schon vor Jahren aufgehört. Und jetzt fühl ich mich so sündig. Was ist falsch daran? Wie geht's dir? Gut. Gut. Bis zum nächsten Mal.